Irgendwann geht's auf, oder? Wäre ja schön, wenn das heute der Fall wäre. Der Freund und Lebenspartner von Michel Gysin. Ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte bei den Skigötten oder beim Schicksal oder wer auch immer da dann für den zweiten Lauf zuständig ist, dann von mir aus gerne die Ali Prandini auf dem Podest. Leider fehlen mir diese Connections. Nächster Athlet Ivan Kuznetsov. Und damit wieder ein Athlet, dessen Land hier nicht genannt werden soll und darf sie kennen die Hintergründe mit der Pupping-Geschichte im Heimatland von Ivan Kuznetsov, der eben hier für den russischen Skiverband arbeitet. Kuznetsov im Team-Event mit der schnellsten Zeit von allen. Er ist richtig gut gefahren dort. Jetzt da ist er. Es ist Boxi von der Linie dran. Jetzt hat er die Skijabend etwas gerattert. Und eingefädelt. Ein Fädler im Riesensalon. Aber in einer Weise der Kuznetsov. die Sch BOI in den Haus entspannte die SchLL, rechts und rechts im Riesensalon. Dr. Daniel Kuznetsov. Dr. Daniel Kuznetsov. Untertitel in den Gaslight von Ivan Kuznetsov. Vielen Dank.